dass ich noch lebe dass ich noch lebe mindestens ich bin ich nicht der einzige der hier auf dumme weise drauf geht kann man noch mitmachen wir schauen mal die tage wie die leute jetzt aktiv sind und wenn wir merken dass manche doch nicht so aktiv sind wie gehofft geplant gewünscht dann werden wir noch eine zweite definitiv noch leute dazu holen also sowieso ist meine vorstellung das johnny seht ihn euch an seht ihn euch an seht ihn euch an da ist johnny das die alter ich bin ran gesucht nimmt ich bin gerade ganz langsam an dich ran gesucht wo ist das denn für eine rüstung ich muss jetzt einfach was zum werfen bitte nicht ich habe rechtsklick auf so ein ding gemacht um die zu schmelzen und habe sie geworfen aber man kann das hier doch nicht machen was kann ich eigentlich hallo hallo wie weit man ranzoomen kann einfach so müsste man jetzt als challenge spielen ich habe von irgendeinem anderen mod ist hier noch ein zoom mod drin jetzt versuche ich immer in diesem zoom mod zu spielen challenge accepted ja sieht auch gar nicht anstrengend aus nein 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 damit pvp kannst du jetzt noch mit optifine zusätzlich rein zoom oder ist das nicht drin weiß gerade nicht auf welche taste ich das habe ich glaube c ja c ist das und jetzt fov auch noch auf 30 mach mal fov auf 30 jetzt ich weiß nicht mehr wo ich bin jetzt sehe ich das im stream bei uns damals war immer nur waren immer zwei sachen in entweder ugo oder transformers also trans angesetzt und beides habe ich gedacht du wolltest etwas anders sagen was wollte ich denn sagen ja also bei uns haben wir uns immer als frauenverkleidung ja hau rin den coolen shit damit die leute mal richtig gute musik auf die ohren bekommen ok mach ich jetzt kapper ja das war das vier sekunden video machst du jetzt wirklich an ja das ist ich bin sogar schwarz das passt ja ja jetzt bin ich erst richtig farb geworden aber die ankündigung die ich jetzt zu machen habe mit der hat keiner gerechnet diese person habt ihr auf dem kanal noch nie im leben gesehen seid gespannt es ist johnny b ist auch dabei das wird noch krasser krasseres event als der advent der dieser zoom report ist raus für schlechte musik oh man was ist das denn jetzt ich kann mir auch gut vorstellen dass das parker phoenix schon das eine oder andere tutorial von multi gesehen hat würde ich mich nicht wundern wer hatte denn mal ein tutorial von irgendeiner hatte mal ein tutorial pietzmeet ja genau chris von pietzmeet dieser multi demon hunter der scheint da was zu verstehen von der mod oder so hat er gesagt an dem tag hatten mich auch unendlich viele leute angeschrieben nur leider sind davon kaum welche geblieben wenn überhaupt also falls so ein kameramann du deinen kanal brauchst bin ich gerne dabei ja für sowas könnte ich tatsächlich einen gebrauchen aber du bist ja immer weit weg ich komme immer nach bayern das ist halt echt das problem also wenn du irgendwas vorproduzieren willst kannst du ja kannst du ja von da eine droge steuern ich bin ja demnächst da ja genau ich hänge eine atomangel irgendwie 600 kilometer rüber 600 kilometer langen tonnagel das klappt so ein riesiger stab der einmal durch deutschland durchgeht man sieht nur so riesen schatten und fragt sich warum alles dunkel ist ein falsches holz machst du schon wieder youtube und twitch gleichzeitig das war nicht mal meine absicht es war nicht mal meine absicht der macht das einfach der erstellt einfach ich habe die ganze zeit immer ein extra ein stream erstellt alles schön eingestellt dass das alles super richtig toll wird und dann hat es nie funktioniert es hat immer nur twitch geklappt jetzt habe ich einfach gesagt fuck it scheiß auf youtube die können sowieso nix und wer geht das ja und warum entkoppelst du das denn nicht wieder das könnte ich auch mal tun aber jetzt läuft es ja von daher dann kommen wenigstens die leute noch ein bisschen von youtube rüber aber nur wenn du sie anschmeißt was ist da umgefallen was war das denn so ich mache hier im nächsten stream mache ich eine lootbox auf ja weil torge ja nicht da ist kann ich das ja nicht mit torge machen deswegen mache ich das im stream ja das wird schön ja die lootboxen sind cool so weißt du was witzig wäre wenn du dann tatsächlich die pythorn keine ahnung in der kiste oder so dann auf dem schoß liegen hast oder du wirklich so tust als ob du die pythorn rausholst oder tada die richtige pythorn in der hand oh man genau so und nicht anders dann fütter ich die live ich möchte gerne schlafen danke ja ich komme ich fütter die dann live das macht das ist das das ist eigentlich ganz interessant er steckt die dann in der hose und füttert die mit der anderen pythorn das könnte schmerzhaft werden ja kommt auf an welche pythorn welche jetzt ja ich gehe los um sand zu fahren und habe keine schaufel dumm geboren und nicht dazugelernt wie oft habe ich jetzt in diesem take gesagt ich möchte mir eine schaufel bauen ich möchte mir eine schaufel bauen hab ich irgendwas dabei woraus man nicht eine schaufel bauen kann ich mache Kontrolle warum sagt mir das keiner da könnte doch jemand reinkommen und wirklich irgendwelche scheiße posten irgendwelche scam ja genau ist ja auch quasi dazu dass die community quasi geschützt wird gut gemacht multi danke danke kein applaus kein applaus kein applaus ich bin so stolz auf das niveau was hä ich baue so die tür mit der großen axt ab und mach meine kiste dahinter kaputt das war sehr schön das war so ein richtiger multi demon hunter move lava ich mach ne glasdecke und dann lava da drüber und dann fängt johnny plötzlich versehentlich an mit seiner minigun da rum zu ballern ja oh nein was habe ich getan multi kannst du mal kommen ich glaube ich habe da was kaputt bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.